Da ist der Ränder. Da ist er. Bock. Steinbock. Ah, den habe ich jetzt nicht getroffen. Ah, wieder nicht. Verdammt. Alter Schwede. Nichts getroffen. Verdammt nochmal. Kein einziges Mal. So doof. Na, schauen wir aber trotzdem mal. Ah, da hört man schon da. Weiter oben. Okay. Es sind jede Menge da. Ach, da drüben steht einer. Da drüben steht einer im Berg. Jawohl, den Hammer. Der liegt da oben. Ich hoffe, ich komme da hin. Da müssen wir nochmal einen Punkt setzen. Das ist natürlich die Frage, ob ich da hinkomme. So, dann mal los. Hier laufen wir mal ein bisschen schneller. Mit der Hoffnung, dass ich den erwische, dass ich da rankomme. auch flüchtend. Also, wie wir gesehen haben, die sind verdammt schwer auszumachen. Da oben liegt der. Jetzt schauen wir mal. Flüchtend. Die Spuren nehmen wir natürlich alle mehr. Ich habe eh das Gefühl, dass das der ist. Auf den, was ich vorhin geschossen habe. So, da ist. Lunge, Herz. Wo liegt der? Ah, da unten. Da ist er. Schon lang kein Merk geschossen. So, dann schauen wir mal. So, 174 mit 38,8er Score. Der ist klein. Aber, nichtsdestotrotz, jetzt schaffe ich mal, dass wir den trotzdem uns so hinbiegen, dass wir die, ja, na, sehen können. So, dann mal noch ein bisschen raus hier. Gut. Schön. So, und dann geht es auch schon weiter. Schade halt, war halt doch nichts mit Hase bis jetzt. Aber, naja, man kann nicht alles haben. Nein, nicht abstürzen, Johnny. Gut, Erste Hilfe ist ja dabei, aber dann auch. Also, die neuen Hasen haben wir noch nicht. so, dann geht's. So, dann geht's. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Soll ich, wenn es nicht, dass ich mir die Träume verbreite möchte, Jetzt haben wir da oben für eine Spur. Okay. Jetzt können wir das mit Öl noch haben. Nein, unten sind die Hasen nicht. Hier sind sie nicht. Wo sind die Hasen? Hm. Aber ob Hasen noch so weit oben leben, das bezweifle ich eigentlich. Da unten ein bisschen schauen bei den Steinen und so. Irgendwo werden die Hasen schon sein. Schaut schon bombastisch geil aus, verdammt schon wieder. Ei, ei, ei. Okay. Ja, was haben wir da? Ist das Hasen gut oder? Ne. Ne, für Hasen zu groß. Ja. Man sieht da auch gar nicht auslaufen. Siehten. Das ist das 아닌, was ich euch regarded haben. Siehten nicht. Jetzt haben sie leicht auf den Feind und die Nachden ist. Entschuldigung. Vielvoll ist das nicht hier. Wow. Hmm. Ja, ich bin ja gerade am schauen, wo es die gibt, weil das Tier ist ja gerade erst seit ein paar Stunden raus und man weiß ja nicht, wo die sich rumtreiben. Wenn du schon welche geschossen hast, dann kannst du mir gerne sagen, wo. Hm? Ja. Ja. Wenn du ja mal haben, dann wirst du dasst. Ja. Ja. Ich loob ihn, Piet. Ich loob ihn, Piet. Ganz gut, danke. Ja, es ist heute ein neues Tier raus. Der Hase hier in diesem Revier und ich bin jetzt gerade dabei, das ausfindig zu machen, wo die Hasen zu finden sind. Das ist der europäische Hase. Also ich habe da jetzt auch noch nicht genau nachgelesen, ich habe nur die Info bekommen von einem Abonnenten von mir. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich gehe gleich schnell los. Und dann habe ich das schon gesehen, es gibt auch eine neue Waffe, diese hier. Die 20GA. Halbautomatik. Ja, und wo jetzt die Hasen sind, natürlich, da muss man jetzt gucken. Also ich habe jetzt noch keinen geschossen, auch noch keinen gesehen. Aber ich denke mal, irgendwo so in der mittleren Höhe, kann ich mir gut vorstellen, dass die anzutreffen sind. Und deswegen bin ich jetzt gerade auf dem Weg ein bisschen runter. Also unten am Fluss entlang war nichts, da war ich schon. Aber wenn die genauso schwer ausfindig zu machen sind, wie der normale Hase, das Weitkaninchen, dann auf Lockers Point. Ja, dann wissen wir ja Bescheid, dass das ein bisschen dauert, bis man was findet. Ja, genau auch in diesem Gebiet sollen die sein. Ich werde mal da unten was sehen, in dem Wäldchen. Ja, genau auch in dem Wäldchen. Von Wäldchen. Von Wäldchen. Nein, schau. Vielen Dank.